Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, tollen Spiel, das wir in der Community empfohlen gekriegt haben. Was ist denn da schon wieder los? Warum immer, wenn ich... Ich finde einfach unsere Manneken so lustig irgendwie. Ja, ich finde ein bisschen leidend auch. Erik hat ein Foto von sich reingesteckt. Ja klar, facecan. Eigentlich habe ich vier Augen, aber hat nicht erreicht. War er ihre Momente? Ja, ich habe meine Momente. Oh, are you still here? Oh, ja klar, wir reden gerade. Oh, soll ich starten oder was? Ja, wir spielen tatsächlich das erste Mal. Okay, worum geht's denn? Also, wir müssen... Wir müssen malen. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Wir müssen ganz viel malen und die anderen müssen... Malen ist immer gut, ey. Alles klar. Runde eins. Wer ist dran? Ah, ich... Okay, ich bin dran. Okay, rechts unten könnt ihr, könnt ihr äh... gästen, also... Ach so. Warum lasst du jetzt schon? Ich könnte es dir so einen Insider benutzen, aber das wäre so... Das wäre böse, deswegen kann ich das nicht machen. Okay. Okay, ich fange jetzt an, ja? Ja. Ja? Ja. Kann du mir mal jetzt? Okay. Fünf Buchstaben. Alter, Tobi, ernsthaft? Hä? Was? Ich finde, das ist so detailgetreu. Also, ich würde das auf jeden Fall erraten. Was ist denn das, Alter? Wie, was ist das? Ja! Ja! Was? Geil! Was? Nagel! Okay, ich habe... Sag es doch nicht, Alter! Wir müssen doch weiter raten! Ach so! Das wusste ich nicht! Ich wusste das nicht! Ich dachte, derjenige hat dann gewonnen. Hä? Okay, also, Nagel habt ihr geraten, ne? Oh! Oh! Das wäre schon fertig! Das wäre schon fertig! Ich wusste das auch nicht! Ich wusste das auch nicht! Ich dachte, das geht nicht mehr weiter dann! Aber war die erste Runde! Oh! 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 Okay! Warte! Ach du Scheiße! Okay! Drei, vier! Hä? Hä? Ja, komm! Okay! Hä? Ah! Hä? Ne! Hä? Ah! Ja! Ich habe... Ah! Ah! Ich habe keine Ahnung! Was soll ich denn jetzt noch machen, Alter? Was soll ich denn noch machen? Ja, aber weiter da, komm! Das ist dein Ernst! Das musst du doch raten, Tobi! Ne, ich habe keine Ahnung! Hä? Ja, Mann! Gib mal einen Daumen nach oben dafür! Hey! Habt ihr auch die Ernstings Family Werbung mit der Strickjacke für 17,99? Ich habe Oculus Werbung überall! Tobi, komm! Fünf Sekunden! Ist das gerade dein Ernst, Tobi? Na, also, Alter! Tobi, du hast oben übrigens direkt über dem Bild auch eine Leiste mit Buchstaben, wo schon Tipps sind, ne? Ah, okay! Das habe ich gar nicht gesehen! Krass! Vor allem, dass das auch noch erkannt, oder? Oh, oh! Ja, natürlich! Voll! Oder, Tobi? Du beleidigst! Ich war zwar erst mal Hund oder so, aber es war mega geil! Okay! Oh Gott! Wer ist dran? Oh Gott, Tobi mal! Ja klar! Ich bin King im Mahler! Eins, zwei, drei, vier, sechs! Was ist das denn jetzt? Warte! LOL! Was? Wie? Fertig! Fertig! Tobi! Nice! Aber passt einfach! Nice! Okay, was habe ich denn jetzt hier? Sieht ein bisschen 16 zu 9 aus, aber sonst! Okay! Tobi! Tobi, die haben... Tobi! Tobi! Okay, ich bin ready! Okay, pass auf! Okay! Tobi, was ist los? Oh, warte mal! Wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs! Oh Gott! Wolltest du jetzt? Oh! Okay! Ich habe keinen Bock, hier nachzuzählen, ob es richtig ist! Scheiße! Ich auch nicht! Was? Was? Ja, tatsächlich! Ist ein bisschen ab! Okay, warte! Warte! Meine Maus! Schon wieder! Nice Curry! Ja, hier! Das ist das und das wird da raus! Der Curry hat sich keine Herzen an oben, oder? Nein, Curry! Das sieht das nicht aus! Was ist das? Warte mal! Wolltest du mich zur Arsch? Nein! Nein! Das ist kein Popcorn-Anter! Das linke sieht aus wie ein Spiegelei, Alter! So ein Bienenstock da oben! Das linke ist ein Ei und ein Bienenstock! Nein, das ist ein Maiskörnchen, wenn das so gerostet ist, ey! Alter! Ich weiß gar nicht, was ihr habt, ey! Das ist so fort auf drei Sekunden, weißt du? So, essen kenn ich! Der Pan hat es erraten! Alter! Ey, was ist das denn jetzt? Seidenjammt, Jens! Ey, was ist das denn? Ich brauch den Magnat! Warte, ich brauch den Magnat! Oh Gott, ist das gruselig! Alter, was ist das denn? Warte! Warte, 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 warte! Was ist das? Ist das mit Frieden? Ich fange an zu heulen! Warte! Hä? Was? Ih! Lass mich doch mal kurz! Schürft der mit seinem Arsch über den Boden und macht dabei irgendwie... Das ist gar nicht, das ist gar nicht mal so... Das ist gar nicht mal so... Ja! Was? Furzrakete? Nein! Hä? Was macht der? Was macht der? Winde! Nein, nein! Scheißen! Nein! Das ist voll einfach, ey! Wie? Das ist voll... Was? Ja, guck mal, was sind das für Bewegungen? Das sind so Bewegungen... Ja! Hä? Ja! Aber was ist das für ein Wort? Hä? Hä? Das hast du jetzt nicht echt gehört! Na guck! Super! Aber du... Wir verstehen uns! Wir verstehen uns! Nein, eigentlich überhaupt nicht! Eigentlich wirklich nicht! Leider, Tobi! Hä? Was macht der denn? Hä? Scheiße! Aber gut, die sind doch alle schon... Die sind doch alle schon nah dran! Keine Ahnung! Was macht der? Ich finde das ist aber auch schwierig... Schwierig gemalt! Gleiten? Also das ist sehr schwierig! Das sieht nicht aus, als wenn der gleiten würde, sondern schrammen, als wenn der Funken springen würde, weißt du? Oh Gott! Oh Gott! Entschuldigung! Oh 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 oh! Alles klar! Das ist schwierig! Ich habe es! Der kann eigentlich gut zeichnen, also wir sollten es auf jeden Fall erkennen! Hä? Äh? Pfff! Oh Gott! Scheiße! Ähm! Wo? Wie soll ich denn... Wie soll ich das anders malen? Hä? Hä? Was ist das? Äh... Ne, das macht gar keinen Sinn! Pfff! Ne, das passt nicht! So! Hä? Hab ich doch richtig... Hä? Hab ich doch richtig... Hä? 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 Warte mal! Ja... Wie soll ich denn da... Juhu, geil! Sorry! Hä? Nice! Ah! Nein! Hä? 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 Das stimmt noch... Was? Hä?? Vai denn! So, diese Bilder ist werbefreundlich. Hä? Komm, TOBI, bitte! Ey bitte, ernsthaft Tobi! Ernsthaft! Ne, keine Ahnung! Tabii! Das steht oben! Da steht überhaupt nix! Achso, bei mir! Bei mir! Alter, Tobi! Alter, ernsthaft! Was kostet? Alter! Ey, komm Tobi, also Pizze! Ich hätte ein Gummiband malen können, aber das kannst du ja nicht malen! Ja, das Gummi fand ich gut, wie du es umgesetzt hast! Das unten war vielleicht ein bisschen solide! Solide! Oh Gott! Oh Gott, Tobi! Oh Gott, Tobi! Oh Gott, Tobi! So ein langes Wort! Äh... Thor's Hammer! Ja... Nice Tobi, Alter! Ja, das ist fast gut, ey! Das Parfüm, Pan! Der Krieg ist echt gut im Spiel! Krass! Ach schön, ich mach das schon! Ach du Scheiße! Könnte auch ein Parfüm-Sproje sein, ne? Okay, jetzt wird er los, die Leute! Pass auf! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Äh... Äh... Hä? Nee, Pich! Äh... Was? Ah! Ok, ok, das ist sehr geil! Was?! Kirby! Das stimmt nicht! Alter! Mach doch mal ein paar Pfeile, paar Pfeile verleihen! Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung! So ist das bei mir immer gewesen! Hast dich auch selbst gemalt, ne? Oh, was ist denn jetzt? Komm ran! Bitte enttäusche uns nicht, ok? Moment! Jetzt geht's schon los, ihr Pfeile ist schon voll drin jetzt! Jetzt geht's schon los, ihr Pfeile ist schon voll drin jetzt! Alter, das Spiel hat schon voll drauf! Oh, jetzt wird's schon... Warte! Und? Warte, ich möchte... Warte, ich muss noch so, ne? Warte! So! Und jetzt? Jawoll! Hä? Was?! Jawoll, Baby! Wie kann der Curry das so schnell erraten?! Warte! 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 Warum hab ich immer so komische... Ey, das macht... Das macht voll Spaß! Das ist voll lustig! Ohne Scheiß! Es ist voll schön! Ey, vielleicht schaffen wir noch ne Folge! Aber wir müssen nicht! Wir sind nämlich heute am... Müde! Müssen morgen nochmal weitermachen! Ähm... Kommt mal, ne? Ja, man sieht's! Ja, Entschuldigung! Ey, was ist das denn? Hä? Ähm... Ähm... Ja! Nein, ich hab mich... Ich hab mich verdrückt, Mann! Ah! Nicht schlecht! Nicht schlecht, ey! Der war gut! Der war gut! Das sind schwierige Wörter! Das ist voll geil! Ach du Scheiße! Komm, Tobi, auch raus! Alter, Tobi! Komm! Ach du Scheiße! Wie soll ich das denn... Am besten malen, Alter! Was ist das? Was? Loll! Was? Willst du mich verarschen? Hä? Wie? Willst du mich verkackern? Was? 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 Wie geil! Ich geb'n Daumen hoch! Hä? Ich hab keine Ahnung! Hier müssen wir den Buchstaben da oben! Wie? Alter Curry! Wie? Wie hast du... Der kommt doch so... Der kommt doch so... Geraten, Mensch! Der kennt hier alle Wörter auswendig! Nee! Nee! Der Junge ist auch am Cheaten, ey! Er hat aber Golf gecheatet jetzt hier! Curry, ganz ehrlich, ich schick dir die jetzt nicht mehr auf Facebook, die Begriffe, okay? Es reicht jetzt! Das fällt auf! Ja, unglaublich! Okay, ich nehm mal ein schweres! Okay! Obwohl... Nee, doch nicht! Obwohl doch, komm! Ich hoffe, ich kann's malen! Oh mein Gott! What? Wie viele Buchstaben sind das denn? Erdenrund! Ey! Ich hatte in Erdkunde keine guten Noten! Curry, wenn du jetzt sowas bringst, ja? Bitte mach's nicht! War das so lang, das Wort, ne? Ja, das... Nee, echt jetzt! Hilf! Hilf mir bitte! Mein Erdkunde ist so schlecht! Jawoll! Hä? Ja, das ist Wasser! Keine Ahnung! Ja, leider... Leider keine Ahnung! Hä, das... Leute, guck mal! Das sind wir hier! Hallo, das sind wir hier! Ja, erst... Es ist zu lange her, mein Gott! Ich bin alt! Warte mal, woher wusste der Gunther? Gott, der ist doch noch älter! Ich find' schön... Ich find' schön aus Italien aus wie so'n alter Hoden! Ich find' schön aus Italien aus wie so'n alter Hoden! Das ist ein Stiefel, okay? Äh... Ich muss da oben gucken! Ich muss da oben gucken! Jüd-Afrika! Scheiße! Boah! Keine Ahnung! Puh! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Okay... Okay, äh... Okay, Pan! Hau raus, komm! Okay! Überzeuge uns, Pan! Okay, warte! Warte! Okay! Ich guck' jetzt mal, ob ich's kann, ja? Ja! Hä? Es ist eine Szene, die vielleicht manche kennen! Was? Ja, warte! Was ist das denn jetzt? Warte! 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 Warte, warte, lass mich! Tja! Nein! Was? Ich glaube, hier ist es... Warte, warte! Ich bin noch gar nicht fertig! Ich weiß nicht, woher der das weiß! Oh! Keine Ahnung! Da! Da! Loll! War's ernsthaft? Was? Hä? Hä, was ist das denn? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Warum hab ich das so schlecht gemacht? Achso! Okay! Ah, ja! Ich kenn's nicht! Da, was? Hä? Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kenn's nicht! Ich kenn's nicht! Oh Gott! Was zum Teil? Ich mach... Wisst ihr, was ich später eingegeben hab? Gelb! Alter, ich mach jetzt... Ich mach jetzt das... Ich mach jetzt das geilste Wort! Ich mach das geilste Wort! Oh Gott, ey! Ich hab Angst! Okay, ich hab Angst! Okay! Alter, was ist das denn? Bitte keinen Hass! Diese Gesichter! Warte! Warte! Was ist denn das? Alter! Warte! Diese eine Zahn! Ähm... Pfff! Ähm... Äh... Ist das ein Bart? Warte! Ja... Hä? Oh... Sterben! Oh! Mist! Das ist mir... Ein bisschen gelitten... So... Das erkennt man überhaupt nicht, ne? Scheiße! Ist echt schwierig! Ja, Mann! Ja, Alter! Curry! Ja, geil! Ich bin so froh, dass es... Geil! Ich weiß nicht, was ihr sonst noch malen soll... Ich war... Ich war erst mal vegan, aber das war nicht... Alter! Ich dachte, das wär ein Schnurrbart! Was? Nein! Liebe Vegetarier! Es tut mir leid, Mann! Ja, auch wenn ich... Das war noch normales... Warte, das hat er jetzt schon wieder... Das ist easy, ne? Ja, ist klar... Oh, ich muss ja... Loll! Das gibt's... Alter, der kennt das scheiße Scheiß-Spiel, das gibt's gar nicht... Das kann einfach nicht sein! Mit dem spiel ich nicht mehr, Alter! Wie geil! Wie kann der das erraten haben? Das kann echt nicht sein, Curry! Hä? Wirklich was? Das kann... Das kann nicht sein, dass das noch ein Strich... Vor allem immer noch ein Tobi! Hä? Jetzt schon? Ich bin vorhin nicht auf Helm gekommen, also was wollt ihr eigentlich? Das ist hier so... Ich geb' den Daumen nach oben! Planke! Nee, Curry, das kann... Nee, Curry, da kannst du nicht drauf... Ey, wer wollt ihr mich grade verarschen? Der kennt alle Wörter, der Curry! Vielleicht gibt's nur 20 Wörter oder so... Ja, klar! Weiß ich ja nicht... Okay... So... Mit dem Periodenbügel, ey! Hä? Oh, müssen wir die auch grad schreiben? Hä? Ich sollte das alles ganz in Ruhe noch aus! Lass dir Zeit, Curry! Das muss mir doch ausgemalt werden! Okay... Das andere müsst ihr auch euch so vorstellen, okay? Was ist das?! Nee, das ist zu... Nee... Hä? Was ist denn... Hä? Ich weiß es nicht... Ja, Curry... Ja, was ist das denn hier?! Ja, aber der... Jawoll! Was?! Danke! Hä? Hä? Pfff... Man... Ey, keine Ahnung, Alter! Was soll das sein? Boah, ist aber auch... Ist auch schwierig! Aha! Ah! Ja, 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 ja! Aber wie, warte mal... Vorhang! What the fuck, Alter! Ey, was willst du mit deiner schäbigen Plante, ja? Das ist der hässlichste Fong, den ich je in meinem Leben gesehen habe! Was ist so lustig, ey! Alter! Äh... Ja, die Folgen sind übrigens etwas kürzer, weil wir im Moment vorproduzieren für die Gamescom, aber ich würde eventuell nur, wenn die anderen wollen, vielleicht noch eine kleine Frage hinterher... Tschau! Ja, macht's gut! Tschüss! Also, tschüss, bis zur nächsten Runde! Tschau! Vielleicht machen wir nächste Runde fünf... Keine Ahnung, auf jeden Fall tschüss! Ja, machen wir, machen wir! Schau mal! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Und sagt mal Bescheid, wie ihr das Spiel fandet! Das wäre ganz interessant! Also, ich fand's geil! Ob ihr mehr von solchen Spielen... Vor allem in Tobis Zeichnung, da freue ich mein Herz! Ja, das ist... Hübsch! Einfach hübsch! Oder ein Vorhang oder so! Ja! Tschüss! Tschüss! Tschüss!